Felna Live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Felna. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Felna Live. Willkommen zurück bei Felna Live. Und wir haben heute das erste Duell der Wien-Wahl. Die Wien-Wahl steht ja unmittelbar vor der Tür. Am 11. Oktober ist es soweit. Und zu Gast im Studio sind jetzt der Spitzenkandidat der Wiener Neos Christoph Wiederkehr. Hallo. Schönen guten Abend. Und der Listenzweite der FPÖ, Maximilian Kraus. Danke für die Einladung. Ich würde gleich mit Herrn Kraus starten. Vielleicht ganz generell einmal gefragt. Die FPÖ liegt ja zu den Umfragen knapp zweistellig bei 10%. Ist der härteste Gegner eigentlich da schon am Tisch, die Neos? Wird das ein Duell mit den Neos, ein Duell der Kleinpartei? Nein, also ich bin froh, dass ich den Herrn Wiederkehr heute im Studio treffe, weil von den Neos hat man in den letzten Wochen und Monaten ja nicht allzu viel gehört. Aber wir Freiheitliche, das haben wir völlig recht, starten von einer Ausgangslage mit gut 10%. Und ich glaube, dass wir da, so wie es die FPÖ in der Vergangenheit schon oft geschafft hat, noch einmal nach oben überraschen werden. Weil die Themenlage ja eine ist, wo wir als FPÖ das einzige Gegengewicht zu dieser rot-schwarz-grünen Allianz sind, wo wir auf Bundesebene eine schwarz-grüne Bundesregierung haben, die irrsinnig viele Maßnahmen trifft, von denen die Menschen belastet sind. Und wo wir in Wien natürlich eine rot-grüne Koalition seit 10 Jahren haben, die für Massenzuwanderung steht, die für Rekordarbeitslosigkeit steht, die für Rekordkriminalität steht. Und wir als FPÖ der einzige verlässliche Partner der Wienerinnen und Wiener sind, die da dagegen halten, die ein echtes Gegengewicht gegen diese Politik sind. Und deswegen glaube ich, dass diese 10% jetzt eine Ausgangslage sind, die wir deutlich überspringen werden. Und wo wir, glaube ich, Platz 3, wenn nicht noch Platz 2, vielleicht auch in Schlagweite bekommen werden. Denn die Wienerinnen und Wiener wissen, dass es nur eine Kontrollpartei gibt, und das ist die FPÖ. Das ist vielleicht gleich auch der erste Punkt, das wäre nämlich gleich meine Frage gewesen. Die Neos sehen sich ja als Kontrollpartei, die FPÖ sieht sich ebenfalls als Kontrollpartei, jetzt hat der Maximilian Kraus gesagt, es gibt eigentlich nur eine Kontrollpartei, nämlich die FPÖ. Ich nehme an, Sie sehen das ein bisschen ein. Ja, da muss ich sehr, sehr schmunzeln, weil bei der FPÖ ist es immer wieder das Gleiche, wenn Sie in der Regierung sind, dann beschäftigen sich danach die Gerichte damit. Und genau solche Parteien wie die FPÖ, die muss kontrolliert werden. Wenn ich da zum Beispiel an die Spesenskandale vom HC Strache denke, in den letzten Jahren, wo er sich wirklich die Taschen vollgesteckt hat, und wenn ich mir da anschaue, wer dahinter ist, nämlich die jetzige Parteispitze der FPÖ Wien, die mit ihm gemeinsam in Wien im Präsidium war, die ihm hier auch diese Spesen freigegeben hat, dann braucht es ganz sicher eine Kontrollpartei in dieser Stadt, die genau so einen Filz, wie es auch die FPÖ zeigt, aufdeckt, und das sind nur wir, das haben wir die letzten Jahre auch bewiesen. Ich glaube da, um ganz kurz eins zu sagen, Herr Strache, das können Sie sich mit ihm selber ausmachen, ich werde ihn definitiv nicht verteidigen, aber bei Ihnen muss man schon sagen, die, wo dokumentiert ist, dass es große Geldmengen gegeben hat, die an eine Partei verschoben wurden, das sind nur Sie und Sie sind die einzige Oligarchen-Partei. Der Herr Haselstein in den letzten fünf Jahren Millionen in Ihre Partei gepumpt. Wir haben dann auf Bundesebene noch sichergestellt, dass Großspenden endlich verboten werden, damit Oligarchen wie der Herr Haselstein sich nicht Parteien halten können, und drei Tage bevor das Gesetz in Kraft getreten ist, hat Ihnen noch einmal schnell ein paar Hunderttausende auf den Tisch geschoben. Das heißt, bei Ihnen ist dokumentiert, Sie haben große Geldsummen bekommen von großen Geldgebern, bei uns gibt es sowas nicht. Deswegen bleiben wir nicht bei Gerüchten, bleiben wir bei den Fakten und reden über sowas heute. Ich finde es interessant, dass Herr Kraus immer von Oligarchen spricht, ich weiß, da kennen Sie sich aus, die russischen Verbindungen von Ihnen waren ja immer sehr gut und sind auch sehr gut, aber zur Frage der Transparenz. Bei NEOS kann man seit der ersten Stunde unserer Gründung jeden Cent, der reinkommt, nachschauen. Jede Einnahme, jede Spende und auch jede Ausgabe, das ist wirkliche Transparenz. Und wie wir da vorankommen können, ist, wenn auch die Parteien kontrolliert werden können, durch den Rechnungshof. Und warum weigert ihr euch da gemeinsam mit der SPÖ immer dagegen, dass der Rechnungshof in die Parteikassen hineinschockt? Über Transparenz kann man immer sprechen. Ich weiß von warum, Herr Kraus, ich habe es auch aussprechen lassen. Aber ich glaube, es geht darum klar zu machen, dass Sie in diesen Geld eingesackt haben oder nicht. Nein, das Relevante ist, warum braucht es dieser Kontrolle? Dieser Kontrolle braucht es, damit die Bürgerinnen und Bürger, die ein Anrecht haben mit ihrem Steuergeld, zu wissen, wo es bei den Parteien hinfließt. Wenn ich mir bei der FPÖ Wien anschaue, wo die Gelder hinfließen, zum Beispiel in eine Pension in Osttirol, mit der haben Sie ja auch zu tun, wo dann Goldbahnen gelagert werden, da frage ich mich schon, haben das die Wienerinnen und Wiener verdient, dass ihr Steuergeld in eine Pension in Osttirol investiert wird, wo dann Gold im Tresor liegt. Das haben sich die Wienerinnen und Wiener nicht verdient. Und deshalb braucht es hier Transparenz. Herr Wiederkleur, über Transparenz können wir immer sprechen. Warum sind Sie denn da dagegen? Ich glaube, es gibt zwei Herangehensweisen. Warum stimmen Sie immer dagegen? Es gibt die Herangehensweise, dass man sagt, man möchte, dass es ein System gibt, wo die politischen Parteien vom Staat finanziert werden. Das ist unser Modell, weil wir sagen, wir wollen nicht, dass Reiche sich Parteien kaufen können. Und es gibt ihr Modell, wo Sie sich ein paar Freunde suchen, die Ihnen Millionen zahlen und Sie dann auch die Parteien hinwerfen, die diese Spenden nicht machen. Ich sage Ihnen, das ist unseriös. Bei Ihnen ist dokumentiert, dass Sie Großspenden angenommen haben, dass Sie dann auch in Verbindung natürlich mit diesen Leuten stehen. Bei uns gibt es sowas nicht. Ich würde sagen, kommen wir, weil ich glaube, beim Thema Parteispenden werden Sie zwei nicht zusammenkommen, kommen wir zum Thema Corona. Das ist ein großes Thema, das die Neos auch immer wieder thematisiert haben, was da alles schiefgelaufen ist. Da geht es aber vor allem immer gegen den Bund. Ganz konkret auf Wien betrachtet. Was haben Sie denn gegen das Corona-Management der Stadt Wien? Da sagen eigentlich alle, die Stadt Wien macht das relativ gut hier. Nein, wir müssen sagen, die gesundheitlichen Aspekte der Krise, die haben wir halbwegs gut überstanden in Wien, weil das Gesundheitspersonal Unglaubliches geleistet hat, obwohl es von der Politik im Stich gelassen wurde. Und die Wienerinnen und Wiener haben sich auch sehr eigenverantwortlich benommen. Aber in der Politik der Stadtregierung gibt es ganz, ganz viele Mischstände noch bis heute. Zum Beispiel, alle wissen, es muss schnell getestet werden und die Testergebnisse müssen möglichst rasch dann auch vorliegen. In Wien dauern Testergebnisse an Schulen noch immer bis zu vier Tage. Man weiß vier Tage lang nicht, ob ein Kind oder eine Lehrperson infiziert ist oder nicht. Das ist inakzeptabel. So ein Test muss innerhalb von acht Stunden möglich sein, dass die Testergebnisse vorliegen, weil das schafft Sicherheit und Klarheit und auch eine klare Perspektive für den Herbst, weil ich möchte offene Schulen im Herbst haben. Die FPÖ kanalisiert ja gegen den Corona-Wahnsinn. Da gibt es viele, die ihrer Partei vorwerfen, dass man da Corona-Leugnern ein bisschen auch den Boden aufbereitet, dass das gefährlich ist, dass man das Virus verharmlost. Es geht nicht um Verharmlosungen, es geht nicht um Corona-Leugnern, sondern es geht darum, sinnvolle Maßnahmen zu treffen. Und wenn wir erleben, dass es einen Lockdown gegeben hat und irrsinnig viele Leute heute deswegen mit Problemen betroffen sind, weil in der Folge nicht die richtigen Maßnahmen getroffen wurden, Hilfspakete zwar angekündigt worden, es irrsinnig viele Pressekonferenzen seitens der Bundesregierung gegeben hat, fast jeden Tag, wo zwei große Lügen verbreitet wurden, nämlich dass schnell geholfen werden wird und dass genügend geholfen werden wird. Und in Wahrheit bei vielen, vielen Unternehmern und in der Folge dann auch bei den Arbeitnehmern heute noch immer keine echten Unterstützungen angekommen sind. Wir jetzt die Kurzarbeit noch einmal verlängert haben, aber viele, viele, viele Betroffene vielleicht nicht mehr in den regulären Arbeitsmarkt kommen werden, dann ist das ein massives Missmanagement der schwarz-grünen Bundesregierung, das jetzt noch nicht zu 100% sichtbar ist, aber zunehmend sichtbarer werden wird. Und deswegen brauchen wir jetzt eine Bundesregierung, die keine Showpolitik macht, die nicht nur Pressekonferenzen macht, sondern die echt und direkt hilft und den Betroffenen eine Unterstützungsleistung auch tatsächlich zukommen lässt. Und auf Wiener Ebene haben wir andere Probleme. Auf Wiener Ebene schließe ich mich völlig an, wir brauchen Schulen, die eine Gewissheit haben, dass sie im Herbst aufsperren können. Wir brauchen keine Panikmache. Wir brauchen ein System und eine Testpolitik, die das ermöglicht. Aber genauso bräuchten wir auch eine Politik in Wien, wo Vergaben auch und wo Geldmaßnahmen, die im Zuge der Corona-Politik gesetzt wurden, echt transparent erfolgen und auch kontrolliert werden können. Wir haben da zum Beispiel als einzige Partei dagegen gestimmt, vor einigen Monaten, dass die Messe für Monate seitens der Stadt Wien für eine Corona-Halle gemietet wird. Das kostet 70.000 Euro am Tag, wir sind schon bei vielen Millionen und in dieser Halle gab es überhaupt keine Patienten bis dato, außer einmal ein paar Asylanten, die dort eingewiesen wurden. Hier wurden Millionen verschoben, ohne dass es einen Bedarf gegeben hat. Wir hören aus Rettungskreisen, es gibt das ehemalige Krankenhaus Floridsdorf, das leer steht, wo man eine perfekte Fläche gehabt hätte. Hier hätte man Geld sparen können, hier hätte man Geld auch besser verwenden können und auch hier braucht es eine FPÖ, die auf diese Dinge hinweist. Bei den wirtschaftlichen Aspekten sind wir durchaus einer Meinung, die Hilfen, die versprochen wurden, vor allem vom Finanzminister, kostet was sie es wollen, die waren ein Schmäh. Die Hilfen sind nicht angekommen, sind viel zu bürokratisch, komisch gestrickt. Die Unternehmerinnen und Unternehmer, die haben keine Luft mehr zum Atmen. Wir müssen jetzt Betriebe in Wien retten, weil da hängen Arbeitsplätze daran. Darum haben wir auch einen Job-Turbo für Wien vorgeschlagen, mit dem 65.000 Arbeitsplätze durch Unternehmerinnen und Unternehmer geschaffen werden können. Da sind wir einer Meinung, wo wir eine unterschiedliche Meinung sind, ist das, wie wir das Coronavirus auch einschätzen. Weil ich sehe es schon als eine sehr, sehr große Gefahr, weltweit nicht für die Wirtschaft, sondern auch für die Gesundheit. Und was ich sehr problematisch sehe, ist, dass von Seiten der FPÖ das Coronavirus immer wieder heruntergespielt wird. Und ich habe erst letztens ein Posting von Ihrem Parteiobmann Hofer gesehen, der stolz darauf ist, dass er sich nicht impfen lassen wird. Und da denke ich mir, das ist nicht nur dumm, sondern auch gefährlich, weil die größte Chance, die wir haben, ist ein Impfstoff, weil mit einem Impfstoff könnten wirklich hunderte Tausende von Leben gerettet werden. Und da jetzt als Parteichef zu sagen, nein, werde ich es sicher nicht machen, ist ein Blödsinn, das ist unverantwortlich. Ja, das ist gut. Würden Sie sich eigentlich impfen lassen? Das ist gut, dass Sie das ansprechen. Kurze Frage, würden Sie sich impfen lassen? Das ist gut, dass Sie das ansprechen. Beim heutigen Stand, nein. Wir werden sehen, was sich in der Zukunft medizinisch entwickelt. Aber das ist gut, dass Sie das ansprechen. Weil es gibt ja auch schon Berater vom Herrn Kurz, die öffentlich sagen, dass es zu einer Impfpflicht kommen wird. Impfpflicht ist ein anderes Thema. Und ich sage ganz klar, jeder, der sich impfen lassen möchte, der soll das tun können. Aber es kann nicht sein, dass in Österreich irgendjemand gezwungen wird, sich gegen Corona zu impfen, wo wir jetzt in einer Testphase sind, wo keiner weiß, was da für Nebenwirkungen entstehen können. Und wenn da Berater des Kanzlers und offensichtlich auch die Neos damit kokettieren, dass man Leute dazu zwingen muss, sich zu impfen. Nein, das ist ein Schwachsatz. Entschuldigung, die Menschen sind ja keine Versuchskanin. Es geht ja nicht um einen Impfzwang. Jeder kann tun, was er will, aber niemand kann gezwungen werden. Das ist eine ganz, ganz wesentliche Sache. Ich bin auch gegen einen Impfzwang. Bin ich froh, dass Sie sich darauf wenigstens anzulassen. Aber ich bin für eine Vorbildwirkung. Dann machen Sie es. Wenn ein Parteichef sagt, er wird sich sicher nicht impfen lassen, auch dann, wenn es einen guten Impfstoff gibt, dann ist es eine Vorbildwirkung, die katastrophal ist und die gefährlich ist. Weil jetzt wird ein Impfstoff gearbeitet und das ist die große Chance, dass ein guter Impfstoff bekommen wird. Das ist das Problem bei Neos, dass linke Parteien oft haben. Linke Parteien. Man akzeptiert keine Argumente, sondern man sagt, wenn man so macht, dann macht man es richtig und wenn man so macht, dann macht man es falsch. Ich sage, wenn Sie sich impfen lassen wollen, dann machen Sie es. Aber akzeptieren Sie auch die Entscheidung von Bürgern, die sagen, Sie wollen diese Impfung einfach nicht haben. Das ist ja wohl genauso legitim. Jetzt sagt der Maxi Krauss, die Neos sind links. Ich würde das Thema vielleicht gleich aufgreifen, weil wir heute ja wieder einen Fall hatten von den tschetschenischen Sittenwächtern, die anscheinend Frauen gejagt, muss man fast schon sagen haben, in Wien, aber auch in Linz, Bilder von ihnen aufgehängt und veröffentlicht haben, weil sie zu westlich leben. Wir hatten die Ausschreitungen in Favoriten. Sie stellen die FPÖ immer wieder ins Rechte, teilweise auch ins rechtsradikale Eck, aber muss man nicht angesichts gerade auch dieser Nachrichten, die wir da doch, muss man sagen, fast im Tagesrhythmus bekommen, auch sagen, teilweise hat die FPÖ schon durchaus recht, dass sie diese Themen auch aufgreifen. Es gibt Probleme, klar. Und das, was wir da gesehen haben, sowohl in Favoriten als auch jetzt im tschetschenischen Umfeld, ist inakzeptabel. Ich bin liberal. Ich möchte eine weltoffene Gesellschaft, die mit Toleranz lebt. Und es geht nur dann, wenn man sich an die Grundregeln in einer Stadt auch hält. Und wer sich nicht an diese Grundregeln hält, der muss mit dem Gesetz auch bestraft werden. Darum bin ich auch froh, dass hier auch die Polizei und die Gerichte tätig werden. Hier braucht es die volle Härte des Rechtsstaats. Aber was hier der Unterschied zu den Freiheitlichen ist, ist, dass die Freiheitlichen die Probleme größer machen wollen. Es ist das Geschäft mit der Angst, was ihr und ihr persönliches politisches Profil ausmacht. Je mehr Angst es gibt, desto mehr profitieren sie davon. Sie wollen Probleme größer machen. Und der Unterschied zu uns ist, wir machen die Lösungen größer. Wir stellen die Lösungen voran, weil wir wollen eine tolerante, weltoffene Stadt haben, wo es ein gutes Zusammenleben gibt und nicht die Probleme größer machen, sondern die Lösungen größer machen. Schauen Sie, wenn Menschen Angst haben, dann ist es unseriös zu sagen, man spielt mit der Angst. Die Menschen in Favoriten haben Angst, weil sie von Gewalt betroffen sind, weil sie mit Kriminalität konfrontiert sind, weil sie sagen, sie erkennen ihren Bezirk nicht wieder, sie erkennen ihr Grätzl nicht wieder. Kein Mensch mehr redet Deutsch. Jede zweite Frau, wenn nicht mehr, trägt ein Kopftuch. Und wir wollen diese Zustände in Wien nicht. Wir wollen, dass Leute, die hierher kommen, sich anpassen müssen. Und wenn sie sich nicht anpassen, mit Konsequenzen konfrontiert sind, von der Ausweisung bis hin zur Streichung von Sozialleistungen. Das sind alles Dinge, die man konkret aussprechen muss. Es gibt ein rot-grünes Modell, offensichtlich auch mit NEOS und Teilen der ÖVP, wo man sagt, jeder kann hierher kommen, ab dem ersten Tag alle Leistungen kassieren und wir bitten um Integration, aber wenn man es nicht macht, dann halb so schlimm, weil in Wien ist ja jeder willkommen. Wer das will, der soll so eine Partei wählen. Und ich sage, wir als FPÖ sind das einzige Gegenmodell zu diesem System. Wir sagen Integration, wir sagen Anpassung, wir sagen, wer hierher kommt, muss einen Job finden, sonst muss er wieder gehen. Und wer hier nicht in unsere Welt passen möchte und wer glaubt, ein tschetschenischer Sittenwächter sein zu müssen, Frauen Vorschriften zu machen, kriminell zu werden, der soll wieder gehen. Und das ist auch das, warum es bei dieser Wien-Wahl ankommen wird. Mir ist schon klar, dass man seitens der SPÖ einen Wahlkampf vielleicht vermeiden möchte und alles auf Corona schieben möchte. Aber wir werden in dieser Wien-Wahl auch darüber abstimmen, ob wir wollen, dass diese verfehlte rot-grüne Zuwanderungs- und Integrationspolitik eins zu eins weitergeht. Wir haben in Schulen die Situation, dass linke SPÖ-Gewerkschafterinnen aufschreien und auch eine Prominente ein Buch geschrieben hat und sagt, Frauen und Mädels können sich nicht mehr so anziehen, wie sie wollen. Es gibt eine Scharia-Polizei an Schulen. Kein Mensch redet mehr Deutsch. Aber reden wir über die Lösungen, oder? Das sind zufällig. Ich sage Ihnen die Lösungen. Ein Kopftuchverbot an allen Wiener Schulen. Wir wollen nicht, dass Mädchen an Wiener Schulen und auch keine Lehrerinnen ein Kopftuch tragen können. Lösung Nummer eins. Lösung Nummer zwei, Deutschpflicht an allen Schulen, außer im Fremdsprachenunterricht natürlich. Dass auch während der Pausen, im Turnunterricht und am Schulhof Deutsch gesprochen wird. Lösung Nummer drei, Eltern, die nicht zur Integration bereit sind und die Kinder nicht unterstützen oder vom Turnunterricht abmelden oder sagen, Mädels dürfen nicht schwimmen gehen. Denen werden die Sozialleistungen gestrichen. Hier braucht man endlich mal ein aktives Programm. Hier muss man sagen, Sanktionen, wer sich nicht integriert und nicht mehr diese Lasse-Fair-Linke-Alles-Egal-Politik. Ich finde es wichtig, aufzuzeigen, wo nicht Integration funktioniert. Und in Wien gibt es viele Bereiche, wo Integration nicht genug funktioniert. Und der beste Weg für gelungene Integration ist die Bildung. Es ist ein gutes Schulsystem. Weil es sind oft Jugendliche, die bei uns aufwachsen, die die österreichische Staatsbürgerschaft haben, die sich dann aber auch nicht als Österreicher fühlen und zum Teil kriminell werden. Und da muss man sich schon die Frage stellen, warum schaffen es unsere Schulen nicht, diese Jugendlichen an unsere Werte auch zu binden. Und darum bin ich ein großer Fan auch von einem Ethikunterricht. Ein Ethikunterricht, wo Jugendliche unabhängig der Religion oder der Herkunft zusammenkommen und Werte lernen, Werte gemeinsam diskutieren und so ein gemeinsames Fundament schaffen. Aber in dieser Frage sind Sie auch dagegen, dass es einen Ethikunterricht gibt. Schauen Sie, über einen Ethikunterricht kann man grundsätzlich streiten, aber finde ich nicht ganz schlecht. Kann man darüber diskutieren, bin ich eigentlich offen. Aber Fakt ist natürlich auch, dass man einer Generation an Jugendlichen, die in Moscheeschulen eingetrichtert bekommen, dass Männer besser sind als Frauen, dass der Koran über der Verfassung steht, wo das in der Familie so gelebt wird, nicht mit einer Stunde Ethikunterricht zurande kommen wird. Hier wird man Maßnahmen brauchen, hier wird man Handlungen brauchen und hier braucht es eine Politik, die bereit ist, auch harte Entscheidungen zu treffen. Und da sind wir als FPÖ die einzigen, die dafür stehen und die einen massiven Kurswechsel in der Integrationspolitik will. Der Maximilian Kraus hat gerade gesagt, Kopftuchverbot in allen Wiener Schulen und Deutschpflicht. Wie sehen Sie diese zwei Vorstöße? Von dem Freiheitlichen nach, als in der Regierung wahren, geht es vor allem um Symbolpolitik, die hier vom Vordergrund gegeben wird. Nur mit einem Kopftuchverbot werden noch keine Probleme gelöst, weil ob jemand ein Kopftuch am Kopf hat oder nicht, ist noch nicht ein Zeichen, ob man sich in die Gesellschaft einführt. Aber absolut mit einem Kopftuch. Ich halte mich für fragwürdig und vor allem auch Lehrpersonen oder junge Erwachsene mit 16, 17, die sich frei dafür entscheiden, denen möchte ich nicht als Staat vorschreiben, das Kopftuch abzunehmen. Ja, Eigenverantwortung auch in einer Gesellschaft. Ja, auch Lehrerinnen und Lehrer. Wo es eine andere Frage ist, ist dann bei Minderjährigen, die natürlich noch keine Religionsmündigkeit erreicht haben. Aber darüber hinaus soll es schon die freie Entscheidung auch geben und das unterscheidet uns auch natürlich, weil wir gehen auch von einer Eigenverantwortung aus. Und ein Staat muss natürlich sich bemühen um gute Integration. Aber gute Integration ist nicht nur eine Symbolpolitik. Und an der Regierungsbeteiligung der FPÖ hat man gesehen, es werden die Probleme größer gemacht, größer gemacht, größer gemacht. Die einzige bildungspolitische Diskussion, die es gab, war das Kopftuchverbot. Die vollkommen widersinnig, es braucht nur für andere Maßnahmen. Eine Antwort, wir haben das auf Bundesebene umgesetzt, was wir in Wien schon Jahre verlangt haben. Nämlich, dass Leute, die in die Schule eintreten, davor bereits Deutsch können müssen. Und wir haben die eigenen Deutschklassen durchgesetzt, dass Schüler, die bevor sie in die Schule eintreten, Deutsch lernen. Und im ganzen Gegenteil, die meisten Studien zeigen, dass sie sehr gut funktionieren, dass es ein wichtiger Schritt ist. Und ich habe sogar mit betroffenen Schülern gesprochen. Und im Gegensatz zu den NEOS haben wir ja auch in Wien einen Abgeordneten, der Migrationshintergrund hat, der in Serbien geboren wurde. Und der direkten Kontakt hat mit Menschen, die davon betroffen sind. Und die das auch gut finden. Sie reden immer wie ein Blinder von der Farbe. Sprechen Sie mit den Betroffenen, auch die finden das gut. Herr Wiederkehr, Sie werfen der FPÖ ja immer wieder vor, am Rechtsextremismus anzustreifen. Stichwort auch Identitäre. Sehen Sie das bei der aktuellen Liste, die da jetzt erstellt wurde? Ja, massiv. Auch eine Ursula Stenzel, die wieder, obwohl sie gesagt hat, sie zieht sich aus der Politik zurück, wieder kandidiert. Ist ein Zeichen dorthin. Frau Stenzel ist mitgegangen bei einer Identitären-Demo mit einer Fackel an vorderster Front, hat dort eine Rede gehalten, hatte dann irgendwelche Ausreden, dass sie nicht wusste, wo sie war, hat sich nicht informiert. Das ist schon die Verantwortung von Politikerinnen und Politikern, nämlich zu wissen, wo man auftritt. Und die FPÖ, das sind ja keine Einzelfälle. Rassismus und auch korrupte Machenschaften stehen hier an der Tagesordnung. Die FPÖ ist hier Serientäter, das sind ja keine Einzelfälle, die wir hier sehen. Dieser rechte Rand, der ist ganz, ganz stark innerhalb der FPÖ. Schauen Sie, wenn Sie glauben, der Frau Stenzel, die einen jüdischen Familienhintergrund hat, irgendwie in die Nähe des Rechtsextremismus rücken zu wollen, dann machen Sie das bitte ich persönlich für absurd. Ich glaube, sie ist eine Grundamt der Wiener Innenpolitik. Sie hat Europa-Erfahrung gesammelt, sie war lange Zeit bei der ÖVP, hat sich dort nicht mehr zu Hause gefühlt, weil sie gesagt hat, sie steht für eine andere Integrationspolitik. Und tritt jetzt noch einmal für die FPÖ an und tritt vor allem auch im ersten Bezirk an, weil sie sagt, diese schwarz-grüne Pakelei vom Bezirksvorsteher Fiegel mit der Frau Vizebürgermeisterin Hebein, die stößt ihr sauer auf. Und sie will im ersten Bezirk nicht, dass es zu einer autofreien Zone kommt. Sie will nicht, dass Autofahrer weiter zu Bürgern zweiter Klasse degradiert werden und grüne Symbol- und Verkehrspolitik auch im ersten Bezirk weiter einzukehren. Und da kandidiert sie im ersten Bezirk. Ich glaube, sie hat gute Chancen, noch einmal ein sehr, sehr respektables Ergebnis hinzulegen. Und da müssen Sie sich nicht definieren. Herr Kost, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, was ein bisschen nichts Tringentes ist, ist Ihr Parteivorsitzender Norbert Hof hat gesagt, jeder, der bei den Identitären anstreift und mit denen zu tun hat, soll aus der Partei ausgeschlossen werden. Ursula Stenzl hat vergangene Woche und auch hier diese Woche noch einmal bei Fellner Live gesagt, naja, sie würde an dieser Demonstration, an dieser Kundgebung noch einmal teilnehmen. Wie passt denn das zusammen? Aus einem einfachen Grund, weil sie sagt, und das glaube ich ihr, dass sie nicht vor den Identitären, sondern vom Wiener Akademikerverband, einer ehemals der ÖVP-nahen-Schnitten-Institution, eingeladen wurde. Sie sagt ganz klar, sie lässt sich nicht vereinnahmen von Rechtsextremen. Macht sie nicht. Aber sie sagt, dass die Sache, wofür sie demonstriert hat, nämlich gegen Islamisierung, dafür, dass Wien 1529 und 1683 sich durchgesetzt hat gegen die Türken und dass sie auch heute keine weitere Islamisierung Wiens möchte, das sind ihr wichtige Anliegen. Und grundsätzlich hat sie mit diesen Anliegen ja recht. Und dass sie irgendwas mit den Identitären da zu tun hatte, das kann man ja nur manipulativ unterstellen und nicht ernsthaft glauben. Man kann sich ja davon distanzieren, was sie ja auch nicht macht. Aber da merkt man das systemische Problem der FPÖ, die einfach rechts ist. Sie sind recht, sie sind am rechten Rahmen, das muss man eingestehen. Sie werfen immer mit irgendwelchen Floskeln um sich. Und es geht da um eine Frage, ein Moment, Herr Kraus, ich war dran. Es geht da auch um eine Frage vom Anstand. Und die Anstandsfrage ist nicht, nur sich von Rechtsextremen zu distanzieren, was die Freiheitlichen nicht machen, sondern Anstand ist auch, in der Politik sich daran zu halten, was man sagt. Frau Stenzel hat gesagt, sie zieht sich zurück aus der Politik. Jetzt einfach doch wieder zu kandidieren als nicht amtsführende Stadträtin, hat sie einen schönen Job, sie ja auch, einen schönen Versorgungsjob. Nicht amtsführende Stadträtin kosten den Wiener Steuernzahler pro Jahr über eine Million Euro. Eine Funktion ohne echte Aufgabe, ein Proportjobs. Da sieht man, dass der Politikapparat in Wien extrem aufgebläht ist. Und wer da immer mit dabei ist, sind die Freiheitlichen. Das sind Sie. Weil Ihnen geht es darum, noch mehr Steuergeld, noch mehr Steuergeld zu bekommen und somit die Wienerinnen und Wiener auch auszusacken. Herr Wiederkehrs, Sie stehen einer Fünf-Mann-Fraktion vor und kassieren dafür als Klubobmann gleich viel wie... Und jetzt einmal umfragen, pass gleich auf. Lassen Sie mich mal ausreden. Sie stehen einer Fünf-Mann-Fraktion vor und kassieren dafür als Klubobmann gleich viel wie ein SPÖ-Klubobmann mit 40 Abgeordneten oder ein FPÖ-Klubobmann mit 30 Abgeordneten. Ich will das nicht auf Ihrer persönlichen Ebene thematisieren, aber weil Sie es immer machen, also denken Sie mal darüber nach. Und zu Frau Stenzel. Die Frau Stenzel weist auf Probleme hin, die die Wienerinnen und Wiener massiv stören. Ich habe mit den Identitären wirklich nichts zu tun, aber ich sage Ihnen ganz klar, in Wien werden die nicht als Problem von der Masse der Wiener Bevölkerung wahrgenommen. Die Wiener Bevölkerung hat ein Problem mit Massenzuwanderung, sie hat ein Problem damit, dass hier Leute in die Stadt und ins Land geholt wurden, die sich nicht integrieren, die islamische Parallelgesellschaften heranzüchten, wo wir in Wien die Situation haben, dass über die Hälfte der Mindestsicherungsbezieher keine Staatsbürgerschaft haben und unsere Steuergelder massenweise für Ausländer rausgehaut werden. Das sind die Themen, die den Wienerinnen und Wienern unter den Nägeln brennen. Und wenn die Frau Stenzel da auf das Thema hinweist, dann verwehre ich mich dagegen, dass Sie da versuchen, das in irgendein falsches Licht zu rücken. Und wenn Sie sagen, Sie versuchen es noch einmal anzutreten, ja, die Neos haben, als sie gegründet wurden, vor zehn Jahren auch gesagt, man darf bei uns nur zwei Perioden machen. Erinnere mich noch gut. Bin ich sehr gespannt, ob Sie sich dann alle dran halten werden. Bin ich sehr, sehr gespannt. Schauen wir es uns an. Beweisen Sie es gerne. Sie werden drankommen. Aber wenn die Frau Stenzel jetzt noch einmal einem ÖVP-Bezirksvorsteher, der mit den Grünen kokettiert und sich offensichtlich auch schon eine schwarz-grüne Flirt hier in Wien anbaut, den Fädehandschuh hinwirft und sagt, wer eine konservative Politik im ersten Bezirk will und keinen schwarz-grünen Flirt, der muss FPÖ wählen, dann finde ich das gut. Sie haben vielleicht noch abschließend zum Thema Verkehrspolitik. Auch die Autofreie City ist jetzt schon ein paar Mal angesprochen worden. Wie stehen eigentlich die Neos zu diesem Vorschlag? Ist das gut? Ist das schlecht? Ist das teilweise gut? Das ist teilweise gut. Was jetzt die Grünen daraus machen, ist sehr, sehr schade, weil sie missbrauchen das Thema wegen Wahlkampftaktik. Autofreie Innenstadt ist ein Schmäh. Ich möchte auch keine autofreie Innenstadt. Aber ich möchte in einer Stadt, die lebenswert ist. Ich möchte in einer Stadt leben, in der es auch genug Platz für Fußgänger, für Radfahrer gibt. Ja, genau. Und ein Konzept der Verkehrsberuhigung für den ersten Bezirk ist sinnvoll. Da haben wir auch länger mitgearbeitet, seit 2015, weil eine Verkehrsberuhigung heißt mehr Lebensqualität, heißt auch mehr Menschen, die dort sind und einkaufen. Das ist für die Betriebe auch gut. So eine Verkehrsberuhigung, davon profitieren alle. Nur hier unterscheiden wir uns wieder von den Freiheitlichen, die hier aus Prinzip gegen jegliche Veränderung des offentlichen Raums in Wien auch auftreten. Ja, dass Sie da mitgearbeitet haben, überrascht mich nicht, weil es ist ein absolutes Chaosprojekt geworden, die Verkehrsfreie City. Mich hat gestern zum Beispiel ein praktischer Arzt aus dem ersten Bezirk angerufen, der gesagt hat, er muss sehr, sehr viele Hausbesuche machen quer durch den ersten Bezirk. Er wäre nicht davon betroffen, eine Ausnahme zu haben, um mit dem Auto diese Hausbesuche absolvieren zu können. Und da könnte man viele Beispiele nennen. Es ist ein totales Chaos, es sind Ausnahmeregelungen geplant, an manchen Stellen, wo man sie nicht bräuchte. Ganz wesentliche Personen wie Ärzte werden vergessen. Und wenn Sie von der Wirtschaft sprechen, dann ist für mich auch völlig klar, auch die Wirtschaftskammer hat sich dagegen ausgesprochen. Die Unternehmer wollen nicht, die eh schon Corona geplagt sind, dass man nicht mehr zufahren kann. Die Leute wollen einkaufen können. Es gibt keinen Grund, hier weiter nur gegen Autofahrer zu hetzen und Politik gegen Autofahrer zu machen. Suchen wir einen Konsens, suchen wir ein Miteinander und bauen wir nicht sinnlose Pop-Up-Radwege, wo keine Fahrradfahrer fahren, weil sie sie nicht brauchen, nur damit Autofahrer schikaniert werden. Bauen wir keine sinnlosen Pools am Gürtel, die nicht benötigt werden, wo sechs Leute gleichzeitig drin sein dürfen, sondern machen wir eine echte Verkehrspolitik, die ausgewogen ist und die nicht nur darauf aus ist, Autofahrer zu sequieren. Ja, aber eine Verkehrspolitik ist mehr als nur eine Autofahrerpolitik. Ich sage Ihnen, wir wollen eine ausgewogene. Ich sage Ihnen, wir wollen eine ausgewogene. Wir brauchen einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs beispielsweise. Es geht darum, die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer auch gleich zu behandeln und denen auch viel Aufmerksamkeit zu geben. Zum Beispiel, wir haben noch immer viel zu wenig Radfahr-Infrastruktur in Wien. Also mehr Radwege? Unbedingt, unbedingt. Wir haben hier einen Fleckerlteppich an Radwegen in Wien und hier ist es sinnvoll, auch die Fahrradinfrastruktur auszubauen, weil immer mehr auch aufs Fahrrad umsteigen. Nur hier kommt auch immer wieder diese Blockadehaltung. Ich finde es wichtig, Verkehr gesamt zu sehen und auch zu akzeptieren, dass sich Städte verändern und dass wir mehr Lebensraum für Menschen auch brauchen, die zu Fuß unterwegs sind, auch mit dem Rad unterwegs sind. Sie sagen, man muss alle berücksichtigen und kommen damit den Radfahrern. Fakt ist, dass der Radfahrerverkehr wenige Prozente der gesamten Verkehrssituation in Wien ausmacht. Ja, dort, wo es Sinn macht, kann man Radweg machen, aber das, was in den letzten Jahren unter Rot-Grün passiert ist, war nicht darauf ausgelegt, Fahrradfahrer zu fördern, sondern war darauf ausgelegt, Fußgänger und Autofahrer zu schikanieren. Pop-up-Radwege zu machen, wo sie keiner braucht, ganz hier in der Nähe verschiedenste, im 22. Bezirk, auf der Türkenstraße, im 1. Bezirk, Grenze 9. Bezirk. Dort bildet sich Stau, nur damit Autofahrer schikaniert werden, obwohl dort überhaupt keine Fahrradfahrer fahren und es keinen Bedarf gibt. Das ist nicht unser Weg. Wir sagen, Autofahrer nicht schikanieren, öffentlichen Verkehr ausbauen. Es geht nichts weiter im Bereich des öffentlichen Verkehrs. Das sind Themen, die man endlich anpacken könnte, anstatt immer nur ideologische Verkehrspolitik zu machen. Meine Herren, vielen Dank. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, war ein sehr spannendes, teilweise auch sehr hitziges Duell. Ich glaube, da gäbe es noch viel, über das wir reden können. Zum Glück ist der Wahlkampf noch lange. Wir werden diese Duelle jetzt ab sofort auch regelmäßig machen. Wir machen jetzt eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück und dann ist Hannes Jagerhofer gleich hier zu Gast. Der bekannteste, würde ich sagen, Eventveranstalter des Landes. Er sollte eigentlich jetzt heute am Center Court stehen, auf der Wiener Donauinsel. Das Beachvolleyballturnier hätte über die Bühne gehen sollen. Wegen Corona ist alles anders. Das Turnier gibt es nicht. Die Veranstaltungsbranche liegt am Boden. Wie geht es ihm persönlich als Unternehmer? Wie geht es aber auch vor allem mit den Events weiter? Und was wünscht er sich von der Regierung? Darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Werbepause.